Der offene Brief ist am 20. September 2010 an der Moosmeyer-Schnalke 2888709 in Leersburg. An Bundespräsidialamt. Zu Händen Bundespräsident Christian Wulff. Sprayweg 1, 10, 157 Berlin. In Postanschrift 11, 010 Berlin. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich bin treue Bürgerin unseres Landes. Seit dem 12. August 1910 war ich dem Land immer wohlgesinnt. Das sind fast 100 Jahre. Nun habe ich einen Wunsch zu meinem 100. Geburtstag, den ich bei Wasser und Brot feiern werde. Ich möchte und will, dass die politischen Verfolgungen gegen meine Person eingestellt werden und mein Leben in den Stand vor meiner rechtlichen Zwangsbetreuung zurückgesetzt wird. Ebenso, dass alle Wünsche, die ich gegenüber den Behörden und rechtlichen Betreuer geäußert habe, erfüllt werden. Sie als Bundespräsident haben die Möglichkeit, eine Amnestie auszusprechen und die rechtliche Zwangsbetreuung, die gegen alle Grundrechte in unserem sogenannten Rechtsstaat, verstehst, aufzuhören. Die entstandenen Kosten und Demütigungen, die durch das bestehende Unrechtssystem in diesem Land mir und meiner Familie entstanden sind, soll die Staatskarte beziehungsweise die verursachenden Personen aus eigener Tasche ersetzen. Zum Unrecht. Ich lebte in unbescheidener Lebensweise im Land, als plötzlich die ganze Härte des Betreuungsgesetzes Paragraf 1896 fortfand. Ich habe ein bürgerliches Gesetzbuch über mich hereinbrach. Durch die Lügen hoher Staatsbediensteter konnte ich mich nicht wehren und so habe ich in kürzester Zeit mein Vermögen verloren. Die Betreuung hat mich zum Betteln auf die Straße gezwungen, hat mein Leben ruiniert und ich kann meinen Geburtstag trotz guter Rente, die durch das Unrechtssystem einmerken oder gegen meinen Willen verwandt wird und wurde nicht gebührend feiern. In beigesigten Schreiben vom 14. Juli 2010 an meinen rechtlichen Betreuer habe ich um finanzielle Mittel gebeten. Um den denkwürdigen Tag 12.08.2010 im Kreise meiner Verwandten, Bekannten, Freunden und sozialen Kontakten gebührend feiern zu können. Leider hat die Frau Dietrich Hartmann bis heute, 20. Juli 2010, 22 Uhr nicht geantwortet, so dass ich eine rüstige Frau, die Deutschland nach dem scheußlichen Krieg 1939 bis 1945 wieder aufgebaut hat, nun wegen zurückbehaltener finanzieller Mittel nicht einladen kann. Nähere Informationen erhalten Sie aus der Gerichtsakte Römisch 17, 213 2007 beim Amtsgericht Überlingen, Bahnhofstraße 8, 888-662 Überlingen. Was ich will, alle Maßnahmen, die durch die Schikane der rechtlichen Betreuung durchgeführt wurden, beziehungsweise noch warten, müssen rückgängig gemacht werden. Eine Entschädigungszahlung wegen entgangener Lebensfreude und Lebensqualität in angemessener Höhe an mich ausgezahlt werden. Und die Übernahme durch die Staatskasse aller Kosten, die durch die rechtliche Betreuung entstanden sind. Eine Reform des Betreuungsgesetzes, in der die Freiheit des Einzelnen respektiert wird. Aufhebung aller zweifelhaften rechtlichen Betreuungen, die gegen den freien oder natürlichen Willen der Betreuten getührt wird. Einladung zu den Glückwünsche, die Sie Kraft Ihres Amtes am 12.08.2010 zu meinem Geburtstag übersendet werden, erlaube ich mir, Ihnen, Herr Bundespräsident, folgenden Vorschlag zu unterbreiten. Seien Sie mein Gast! Und vielleicht haben Sie ja noch eine andere Überraschung in Ihrem Reise-Korrespondenzadresse. Da meine Post unter Kontrolle steht, bitte ich die Korrespondenz nur über meinen Privatsekretär und Ehegatten Egon Moosmeyer, zu Neide 28-88-709-Mesburg zu führen. Mit freundlichen Grüßen und allem Respekt gegenüber Ihres Amtes. Anna Moosmeyer, Anhang, Brief am 14. Juli an rechtlichen Betreuer. Tim, bring du den Brief zur Post und die will auf als Einschreiben mit Rückschein. Mach ich. Ich bin ein, 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 ich